Anfangs schon. Aber er hat mir erklärt, dass ich mir das alles sonst bereitstecken kann. Und dann haben Sie Druck gemacht. Er war's, ich weiß das. Es ist darauf aus, Sie ins Gebüsch zu zerren. Und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie Ihnen das Blut runterläuft. Ich kenne diese Art, Mann. Der kleine Mann, der kleine Mann voller Angst. Und den musst du dir vornehmen, gleich, wenn du ihn erwischt hast. Direkt nach der Tat, wenn er noch schwitzt. Haben Sie von Rosbach geschlagen? Ja. Einmal. Von 2000... Oh, das ist mein Handy, es tut mir leid. Ich muss, das ist meine Mutter, kann ich ganz kurz ran? Ich muss jetzt einfach ganz kurz ran, es tut mir wirklich leid. Maiko, stehe. Nein, nisam nervaz, nein, nehmam puno vremen, ne, sem mogu, da mich nicht mehr prav im Interview, stehe. Ne mogu, da dođem na weekend. Jedna so, noch, schon moram, da se natspauam und dich rutschest zelo noc, Maiko. Und moram, da se natspauam, ne, man, nie protiv. Cheke, moment. Sabine, me zove, cheke. Sabine, hallo. Nein, ich bin gerade in München, aber kann ich dir erst später anrufen? Wie meinst du jetzt das? Was, du bist schwanger. Ha! Ja, und bald ist es. Oh mein Gott. Ja, ich gratuliert. Oh mein Gott. Ähm, kann ich dir jetzt erst später anrufen? Du bist erreichbar. Ja, okay. Dann, ja, dann bis später. Tschüss. Maiko, sovente Kassner, wasi? Ljubim, ciao. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Die Wünsche war, ha, 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 ha. Maiko, sovente Kassner, und dann komm rein und auch dich überraschen. Sonto mit bis zum chimischen Untertitelung des ZDF, 2020